Sehr, ähm, unbequem, wenn du jetzt am... Oh, ich, ich... Ich fänd es sehr unbequem, wenn du gleich mal an einem Mobkill sterben würdest. Du, ich hab fei... Ich hab ein Goldhelm. Scheiße. Du bist ne... Oh, Gott. Los. Hallo Leute, willkommen in einer neuen Folge Let's Battle Minecraft. Ich weiß noch nicht mal, welche Staffel das ist. Ähm, weil das Ganze... Also Staffel, keine Ahnung. Ja, Staffel, keine Ahnung, genau. Äh, nee, das war nämlich, ist nämlich das Problem. Wir haben eine Staffel 7 angefangen. Und, ähm, ja, diese Staffel 7 wurde unter anderem davon unterbrochen, dass Leute keine Lust mehr hatten, keine Zeit mehr hatten und dass ich keinen PC hatte. Für eine längere Zeit. Aha. In der Zeit... Ach du... Scheißkelett. Ähm... Und deswegen, ähm, hab ich... Ich hab dazwischen auch 100 Abonnenten bekommen. Danke nochmal. Ich hatte bloß, äh, keine... Äh, Ressourcen, um da ein großes, ähm... Um irgendein großes Special zu machen. Wie ich es ja bei meinem 50 Abonnenten-Special gemacht habe. Von daher, ähm, verzeiht mir mal das mal. Und deswegen dachte ich, mach ich mal sehr spontan mit meinen, ähm, Freunden ein Let's Battle, also als Entschädigung für das. Und das wird jetzt... Was für Freunde? Ja. Was für Freunde? Oh, hier geht's gleich mal ganz tief runter. Das ist gut. Was für Freunde? Deine Mutter, oder was? Alter Schw... Du glaubst nicht, was da unten abgeht. Komm mal mit. Was? Warte mal, ich... What the ffff... Ach, stirb. Pass auf, pass auf. Ich fände es sehr... Sehr, ähm... Unbequem, wenn du jetzt... Ich fände es sehr unbequem, wenn du gleich mal an einem Mob-Kill sterben würdest. Du, ich hab... Nee, nee. Ich hab einen Goldhelm. Scheiße. Du bist nicht... Oh Gott. Findest du wieder her? Ja. Okay. Ich hab mal deinen ganzen Stuff eingesammelt. Dankeschön. Da ist ein Slime irgendwo. Fuck. Das war jetzt ungeschickt von mir. Ich hab... Ende der ersten Folge. Ja, ist schon längst. Längst. Aber okay. Dann hat er 14 Minuten gemacht. Aber okay. Ja, ist doch egal. Oder wir haben weniger gemacht. Ist... Ist wurscht. Ist doch egal. Also, ich hab deinen ganzen Shit eingesammelt. Meinen ganzen Shit. Jawohl. Drei. Was kommt denn da unten alles raus? Ist der Wahnsinn. Nee, es war nicht hier. Es war auch nicht da. Es war dort vorne. Alter Schwede. Ich glaub, wir sind gerade auf dem Goldhelm. Und wir gestoßen. Aha. Ich glaub, ich bin zu behindert, um zu dir zu kommen. Okay, dann macht ihr mal einen Waypoint bei den Koordinaten. Ähm... Scheiße, ein Mini-Zombie. Jetzt bin ich gekoondert. Dann kann ich sagen, wie ein scheiß Mini-Zombie. Oh. Es... Ja, konzentriert dich auf die... Jetzt wird auch eine große Monster-Party am Laufen. Macht ihr mal einen Waypoint bei den Koordinaten. Und plus 268 und plus 2. Warte mal. Plus 268. Also... X 268 plus 2. Und da musst du ungefähr hin. 268. Aber schau, dass du einen anderen Eingang findest, als dich runterzupuddeln. Das ist nämlich sehr verräterisch. Ich glaube, ich hab das schon gefunden, den ganzen Kappes hier. Okay. Und esse ich nämlich noch was und regeneriere. Ah, das sind zwei Creeper. Wow. Kommst du mal? Ja, ich bin da. Ich finde es mit dem Goldhelm Dornen 2 gleich mal geil. Da kommen zwei Creeper. Hallo. Ja, tut die mir vom Hals halten. Ich mach uns derweil schon mal... Kann ich auch voll gut, ne? 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 Kann ich auch voll gut, kann ich auch voll gut, kann ich auch voll gut. Ich hab dir die Platte hängen geblieben. Ja, komm ich mal. Wow. Rockflash. Yes. So, gib mir jetzt mal meine Sachen wieder. Äh, ja, gerne. Nein, jetzt. Ja, komm mal. Ach, da hinten bist du. Ähm, ja. Womit hab ich noch Eisen? Da ist noch ein Zombie. Hallo. Noch ein Zombie. Äh, ja, ich kann dir gerne die Sachen wiedergeben. Hier hast du dein... Herr Zombiemann, wie geht es Ihnen denn so? Wart mal, äh, du hast dein... Und hier hast du auch noch Brot. Das war jetzt aber mein Brot. Du hast du deins in die Kiste gelegt? Meins? Nee, das hatte ich dabei. Das waren... Ich hab's nämlich nicht angesammelt. Ist ja eigentlich PvP an. PvP? Ja, natürlich ist PvP an. Weil ansonsten hätte ich Angst, dich irgendwo in ne Klippe runterstürzen zu lassen. Äh, ja, da musst du aufpassen, weil das ist schon verschiedentlich passiert. Oder mich selber. Oder mich selber in ne Klippe runter zu stürzen. Das hat aber dann weniger mit PvP zu tun. Okay, äh, Eisen ist jetzt erstmal unser höchstes Gut. Da oben, äh, wie du vielleicht gesehen hast, haben wir da oben, ähm, einen Ofen hingestellt. Das heißt, äh, wenn wir den noch ordentlich füllen, wir haben, glaub ich, bisher... Ah, Hilfe! Bäh! Du musst den Donkey in Ruhe lassen, Skelett. Ähm, ich hab da oben einen, äh, Ofen hingestellt mit Eisen. Du darfst nicht, dass ihr daraus... Da ist ein Enderman! Da ist ein Enderman! Du darfst ja daraus gerne ne Rüstung machen. Danke, dass du mich unterbrichst. Ein Enderman! Nein, den kreist du jetzt bitte nicht an. Du bist im Massenhaus gerüstet. Den kann man machen. Soll ich... Ach, fuck! Ja, du bist ja nicht... Ein Mini-Dorf-Gewohnert-Zombie, das hat ich auch noch nicht erlebt. Scheiße, mein Schwert ist kaputt. Au! Ich kümmere mich um den Mini-Zombie. Ja, komm mal mit, ich muss mir unbedingt ein neues Schwert machen. Ich mach mir aber dann gleich mal ein Eisenschwert. Ja, genau, das wär auch mal geil, ne? Ein Eisenschwert gleich. Hm, komm mal mit. Ich bin hinter dir. Oh, geil, ich hab grad FPS-Einbrüche. Warte mal, ich starte mal die Aufnahme. Mach ruhig. So, Neustart der Aufnahme. Und weiter geht's. So, gleich mal Eisen bauen. Und daraus mach ich mir jetzt... Oh, nee, doch, ich hab noch genug Eis. Das ist ja gut. Oh, nee. So, ich mach dir gleich auch ein Eisenschwert, weil du wirst auch früher oder später dieses Problem bekommen. Hier bitte sehr. Dein Ding ist, wie er kaputt, dein, äh, Goldhelm. Ja, der ist halt kaputt. Äh, warte mal, Eisen können wir noch reintun, dann haben wir 14. Okay, ich... Ich weiß nicht. Ich mach auf jeden Fall uns mal, äh, jeweils ne Hose. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Dann kriegst halt nur du ne Hose. Du scheinst sehr anfällig für sowas zu sein. Ähm, ich krieg den Helm. Ja, dann gib sie mal her. Bitte sehr. Könnt ihr mal schlafen gehen? Nee, grad net. Nö. Kein Bock. Nö, kein Bock. Hier geht, hier geht grad Party ab. Aber wie? Oh, ich muss was essen. Okay, ne Eisenspitze hat ja... Obwohl, nee, wir haben ja noch. Party time. Ist doch so. Wir haben grad hier unsere Party. Hm, ich muss mal schauen, äh, wegen, äh, wo es noch Eisen gibt. Creeper Event. Ach komm ey, du musst nicht andauernd spoilern, dass wir in der Höhle sind. Hä, das muss ja nicht in der Höhle sein. Trotzdem. Ja, öh, ja, ich mein, ich spoilere, ich spoilere jetzt nicht alles, sondern... Ja, aber das können sie sich denken, dazudenken, dass wir in der Höhle... Loll. Loll, mit nem Eisenschwert, ernsthaft. Komm bitte, der droppt es jetzt. Nein. Das wär geil. Das wär Hammer gewesen, ja? Okay, dann eben nicht. Da unten sind Pilze übrigens. Und ich hab keine Fackeln mehr. Pilze! Ich hab keine Fackeln mehr. Mir scheiße gehalt, Pilze! Komm mal mit. Äh, schon wieder ein Zombie. Pilze, ja, Zombies sind so nervig. Die, die können halt nen Jumpscare mal, äh, einem nen Jumpscare geben, aber die sind trotzdem übelst nervig und übelst schwach und da die Kohle, die muss man auch abbauen. Ich hab heute den Begriff Jumpscare gelernt und ich find ihn trotzdem scheiße. Ja, du findest alles scheiße, selbst deine Mutter findest du scheiße, selbst dein ganzes Leben findest du scheiße einfach. Weil hier ist alles einfach scheiße. Weil hier ist einfach alles scheiße. Du bist halt der pessimistische Gario, der sich, äh... Ich wollte mir jetzt Fackeln machen, jetzt stattdessen hab ich mir ne Hose gemacht. Aus Kohle oder was? Nein, nicht aus Kohle. Kohle? Kohle hätte ich gebraucht. Aha. Okay, aber ich wär dafür, dass wir noch tiefer gehen und die Friedenszeit ist auch schon zu Ende, was heißt, wir müssen ab jetzt aufpassen. Ach was. Ich dachte, sie wär vor 10 Minuten beendet. 10 Minuten? Oh ja, stimmt, jetzt seit 10 Minuten ist die schon beendet. Und wir müssen ab wieder in 3 Minuten, ist die Folge schon wieder um. Ja eben. Weil ich mich mit dem Qanons auf 13 Minuten geeinigt hab, ne Folge. 12,5, um ehrlich zu sein, aber... Ja gut. Du, uns geht das Essen aus. Ja, ich hab noch Rottenflash, deshalb mir ist ja eh egal. Ja, dir ist alles egal, ne? Ja, du bist mir auch egal. Okay, ähm... Dann würd ich sagen, äh, bleibst du hier möglichst vor Ort, ich versuch uns mal ein bisschen was zu essen aufzutragen. Du hast hier schon, äh, verfickte Eisenrüstung, ne? Du Huren. Ja, ich hab dir dafür auch noch Eisen in den Ofen gelegt. Während, ähm, ich mich mal nützlich mache in Richtung Essen, was heißt Angebot? Ein einzigen, ein einziges Eisen. Ja, du findest hier, du findest hier sicher noch mehr Eisen. Dein Ernst? Jetzt muss ich mir selber Eisen hier braten. Wie, 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 wie so eine Currywurst. Scheiße, wie soll ich da ruckern? Die Höhle hier ist, ähm, Gott, ich muss mir hier einen Awaypoint machen. Ey, ich hab mir jetzt auch mal einen Awaypoint gemacht, könnt ihr jetzt pennen gehen? Mann. Mann, euer Spawn ist doch auch gesetzt, wenn ihr nicht pennen geht. So, wo bist du? Ich bin oben. Da oben. Jetzt hast du dich hochgebaut. Nein, du gehst nicht, äh, du gehst nicht, äh, du gehst mir nicht nach, du holst Eisen. Ah, scheiß Spinnen. Warum soll ich dir nicht nachgehen? Ganz einfach, du schaust unten nach Eisen, ich schaue hier oben nach Essen. Wow. Arbeitsteilung nennt man das. Aber bleib bitte vor Ort, ja? Bleib in, äh, in der Nähe vom... Nö. Ich, ich, ich geh, ich geh weg. Ich, ich geh jetzt auf. Nö. Du hast mir nix zu sagen. So. Boah, ich, ich, geht man keine zwei Meter und trifft schon auf zwei Meter. Ja, ja. Classic. Classic. Obwohl, äh, du hast da unten Fliegenpilze gefunden, ne? Ja, ja. Vier Stück. Vier Stück, okay. Ich hab hier oben nämlich andere Pilze gefunden. Das machen wir, statt, äh, gebraten sonst was, nehmen wir einfach... Nein. Ah, scheiße. Alter, 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 alter. Das ist sowas von verräterisch, aber unsere Basis ist noch 100 Meter entfernt, was heißt, das geht noch einigermaßen. Okay, dann nehm ich, äh, noch Pilze mit. Das ist auch noch einer. Dann haben wir jetzt vier jeweils, das macht vier Pilzsuppe. Damit werden wir schon mal, äh, einigermaßen autark besitzt. Autark? Ja, das ist ein Fremdwort, das kennst du noch nicht, das heißt unabhängig. Glaubst du? Ja, es heißt unabhängig. Dein Ernst? Du glaubst? Es heißt unabhängig. Ja. Ja, doch scheißegal. Sehr schön. Jetzt haben wir auch Zuckerrohr. Den muss vielen dafür. Genau. Das sind Mops nerven, ich muss da unbedingt runter. Okay. Slime. Slime. Gott. Ich hab'n Slime gefunden. In der Nähe des Wave-Pints, den ich mir gesetzt habe. Okay, versuch' ihn nur mit der Hand zu töten, ja? Hm, ich hab' noch meinen fast kaputt. Nein, der ist auch, der ist auch hochgegangen, Mist. Langs und wissen Sie, wo wir sind. Okay, runter, 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 runter. Fuck. Du bist wieder in eine Schlucht gestürzt, weil du eine Spalte übersehen hast. Ich hab' mich runterfallen lassen und dachte, es ist nicht so weit, aber es war wirklich etwas weiter. Schau, ich hab' Wasser mitgebracht. Also, du bist doch in eine Höhle gestürzt. Ja, in dieser, um genau zu sein, aber extra. Indem du eine Spalte übersehen hast, wie deine Mutter immer sagt. Komm, ey. Jetzt gib mir, lass die Flachwitze und gib mir die Fliegenpilze. Ich bin nicht mehr so gut bei Leben. Ich bin bei drei Leben, um genau zu sein. Dann nimm noch Rotten Flash. Rotten Flash? Ja, hab' ich auch schon angefangen. Okay. Frieden zu Ende. This is Sparta. Okay, jeweils von, jeder von uns kriegt zwei Pilzsuppe. Damit müssen wir erst mal auskennen. Mit Rotten Flash natürlich. No, this is Patrick. Das muss jetzt sein, das muss jetzt sein. Sie sind echt zu verblödet. Okay, oh. Das muss jetzt sein, sorry. Okay, jetzt geht's. Wir gehen tief in die Höhle. Immer noch was zu essen. Nein, du holst dir nichts zu essen. Doch, hol ich mir. Nein, du holst dir nichts, du hast ja noch nicht mal Schuhe. Hatte ich mich angeordnet, du sollst dir? Ach, egal. Nee, ich meine in real life. Ja, sag ich ja, das machst du bitte nicht. Aber wir haben keine Fackeln mehr. Ich habe noch ein Acht. Ja, ich hole mir auch der Zwischen. Eisen. Sehr gut, weil dann machen wir uns mal eine komplette Eisenausrüstung. Das wäre nämlich ganz gut. Ach so, den Ofen hast du mitgenommen. Ach ja, die Folge ist schon wieder zu Ende. Wollte ich gerade bemerken. Ach so. Beziehungsweise wir können auch ein bisschen, die werden uns ja vorwarten. Mhm. Dann sind wir nämlich wieder in einem Tag oder so. Ja, ja. Machst du mal die Kohle, ich mach mal die Folge. Beziehungsweise. Schau mal, was da unten noch so abgeht. Ich sollte mir abgewöhnen, runter zu springen. Das ist einfach nicht endlich. Da ist ein Skeleti. Das habe ich auch gemacht. Das hat mir jetzt viel gebracht. Ich muss aber sagen, ich habe in der neueren Version von Minecraft... Oh, Alter. Du hast mich geschlagen. Ende der Aufnahme. Okay, das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.